So, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video-Modul der Kompetenzentwicklung bzw. Wirtschaftsdidaktik 2. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen weiter im Zuge der fachdidaktischen Methodik des Rollenspiels mit der Sequenzierung. Zunächst erstmal kleine Wiederholung. Der Rollenbegriff ist ein Bündel normativer Verhaltenserwartungen, die von einer Bezugsgruppe oder mehreren Bezugsgruppen an Inhaber bestimmter sozialer Positionen herangetragen werden. Mit dieser Definition sind wir eingestiegen in die fachdidaktische Methodik des Rollenspiels und heute schließen wir ab mit der Sequenzierung. Ich möchte euch heute vor allem zwei Artikulationsschemata vorstellen. Das erste Schema, ein sehr einfaches, nach Evers, also auf drei Phasen beschränkt. Und dann hätten wir hier ein etwas ausführlicheres, und zwar nach Kaiser und Kolb, falls ihr nochmal für euch selbst in der Fachliteratur recherchieren wollt. Es gibt noch weitere Schemata. Ich habe euch noch ein drittes auf der Website im Fragenkatalog zur Kompetenzentwicklung hinterlegt. Hier auch nochmal der Hinweis, wenn ihr weiteren Input benötigt, nicht nur zum Rollenspiel, sondern auch anderen fachdidaktischen Methodiken des Unterrichts, dann schaut euch mal gerne bei uns auf dem Channel in der Playlist der Kompetenzentwicklung um. Ansonsten packe ich euch wie immer alles weitere Unterhalt des Videos in die Videobeschreibung hinein. Wenn ihr Fragen habt, nutzt die Kommentare dafür. Also, Rollenbegriff sollte bekannt sein. Packt euch das am besten auf ein Geteilkärtchen drauf und dann ein, zwei Schema in Bezug auf das Rollenspiel parat haben, die ihr dann für einen eventuellen Unterrichtsentwurf in der Klausur dann verwenden könnt. Und vor allem dann, wenn ihr eben in den Lehrerberuf hineingeht und sagt, ich möchte jetzt hier wirklich Lehrer werden, dann habt ihr hier schon mal ein, zwei Schemata, die ihr anwenden könnt, falls ihr diese Methodik des Rollenspiels eben nutzen möchtet für euren Unterricht. Wir beginnen mal mit dem ersten Schema, beschränkt auf drei Phasen. Das muss nichts Schlechtes sein. Allerdings kann man dieses Schema nach Evers auch auf andere Methodiken anwenden, zum Beispiel auf das Planspiel. Denn das Rollenspiel ist eine Simulationsmethode. Daher ist dieses Schema auch weniger spezifisch, sondern eher abstrakt allgemeiner gehalten. Wir hätten dann hier einmal die Vorbereitung. Vorbereitung und zur Vorbereitung gehört dann eben auch die Motivation. Dann hätten wir die Phase der Durchführung, also Durchführung des Spiels. Und ja, das wäre dann die Spielphase, in der wir uns befinden. Und abschließend tun wir dann hier mit der Nachbetrachtung, beziehungsweise mit der Reflexion. Reflexion, beziehungsweise Nachbearbeitung. Hier wird dann eben nochmal die Durchführung, die Spielphasen, das wird hier dann nochmal besprochen. So, Nachbearbeitung. Entscheidend ist, dass der Lernerfolg, der Gewinn in diesem Schema, liegt in der Vorbereitung und in der Reflexion. Wir notieren also, hier liegt eben der Gewinn drinne, beziehungsweise der Lernerfolg. So, hier dann entsprechend auch Lernerfolg. Ja, denn der Gewinn des Rollenspiels liegt immer weniger in der Durchführung, sondern vielmehr in der Vorbereitung und Reflexion des Spiels. Die Durchführung ist nicht unwichtig, aber den Gewinn, den die Schüler und Schüler eben aus diesem Rollenspiel ziehen können, liegt vor allem in der Reflexion, aber auch eben in der Vorbereitung. So, das erstmal hierzu ist, wie gesagt, ein sehr einfaches Schema. Könnt ihr mal gerne bei euch, wenn ihr Praxissemester, Praktikum etc. habt und ihr habt Bock, Laune auf das Rollenspiel, das mal einzubetten in den Unterricht, einfach mal gerne anwenden. Macht mir da ein bisschen Gedanken zu. So, dann hätten wir das zweite Schema nach Kaiser und Kolb, was ein bisschen ausführlicher ist, denn wir wollen ja eigentlich auch exemplarischen Unterricht, induktiven Unterricht haben. Und hier brauchen wir noch das Allgemeine. Und für exemplarischen Unterricht brauchen wir mindestens zwei Situationen. Das heißt, ich müsste ja eigentlich am Ende des Schemata nochmal wieder zurückgehen zum eigentlichen Rollenspiel, zur Durchführung des Rollenspiels. Da komme ich aber gleich zu. Also, wir haben zunächst erstmal hier die Information, die der Vorbereitung vorangestellt ist. Also, Informationsphase. Die heißt auch wirklich so, nicht nur Information, sondern Informationsphase. Und dann kommt die Vorbereitungsphase. Vorbereitungsphase. So, also hier dröseln wir das ein bisschen mehr auf. Drittens, hätten wir dann die Rollenspielphase oder auch die Spielphase. Rollenspielphase. Hier wird das Rollenspiel auch durchgeführt. So, viertens, hätten wir dann die Diskussionsphase. Diskussionsphase. Besser ist hier nicht die Diskussion, sondern, schreibt das mal hin, besser wäre hier eher von der Reflexion zu sprechen. Wenn man sagt, okay, was gibt es hier zu kritisieren an diesem Schemata? Dass wir hier von der Diskussion abgehen zu einer Reflexion. Reflexionsphase. Dann hätten wir fünftens die Generalisierungsphase, um eben exemplarischen Unterricht zu haben, induktiven Unterricht zu haben. Denn wir wollen ja irgendwie zum Allgemeinen haben. Das, was die Schüler und Schüler gelernt haben, sollen sie auch in anderen Situationen anwenden können. Und nicht nur konkret auf diese Situationen bezogen. Ich meine, das hatte ich auch in der Fallmethode kritisiert. Und dann haben wir das Schema, die Sequenzierung nochmal um zwei, drei weitere Schritte erweitert, beziehungsweise ergänzt. Generalisierungsphase. Und dann hätten wir zu guter Letzt dann eben nochmal den Transfer. Die Transferphase. Ja, und exemplarischer Unterricht, den habe ich dann erst, wenn ich hier dann nochmal zurückgehe zur Rollenspielphase. Exemplarischer Unterricht oder Exemplarität. So, in induktivem Unterricht, das hatte ich ja auch schon geklärt. Im Zuge der Fallmethodik schaut euch das Video dort gerne nochmal an, was man darunter versteht. Was ist deduktiver Unterricht? Was ist induktiver Unterricht? Da bitte nochmal in die Playlist der Kompetenzentwicklung auf unserem Channel vorbeischauen. Wenn ich jetzt nur eine Situation behandle, dann könnte ich noch vom induktiven Unterricht sprechen, aber weniger vom exemplarischen Unterricht. Den hätte ich dann erst, wenn ich eine zweite Situation hätte. Das heißt, ich gehe noch einmal zurück in die Rollenspielphase. Und ja, damit die Schülerinnen und Schüler eben lernen, dass man das, was sie jetzt gemacht haben, auch in anderen Situationen einsetzen können. So, ja, das erstmal dazu, zu diesen zwei Schemata. Ich habe ja noch ein drittes auf der Webseite, im Fragenkatalog zur Kompetenzentwicklung hinterlegt. Eine Sache möchte ich jetzt hier nochmal kurz angehen. Und zwar, welche Themen eignen sich jetzt hier eigentlich? Ich mache das mal verbal. Ich packe euch den Rest dann in die Videobeschreibung hinein. Also, hier gibt es zwei unterschiedliche Ansichten. Einmal von Gemelch und einmal eben von Ebbers. Und Rollenspieler eignen sich zur Simulation von Handeln in gesellschaftlichen Problemsituationen. Zur Einübung von rollenspezifischen Strategien und zur Reflexion von Handeln und Strategien. Das wäre Gemelch. Und Ebbers wäre dann eben, Rollenspieler eignen sich zur Integration ökonomisch relevanter Situationen in sozialer Auseinandersetzung in den Unterricht und weniger zur Vermittlung von Sachinhalten als zur Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Sichtweisen verschiedener Gesellschaftsmitglieder. Das wäre, wie gesagt, Ebbers. Ja, und Simulationsmethoden haben zunächst erstmal eine unterdurchschnittliche Effektstärke. Der Vorteil liegt hier nicht in der Durchführung des Rollenspiels, sondern vielmehr in der Reflexion. Was habe ich jetzt hier eigentlich gemacht? Ja, und dann hätte ich hier nochmal Arndt. Arndt sieht einen wesentlichen Vorteil des Rollenspiels in dem Spielcharakter begründet. Spielerische Elemente vermögen den Lernprozess positiv zu beeinflussen, da Spielen eine motivierende, befriedigende und hochkonzentrative Tätigkeit ist oder eben sein kann. Ihr merkt euch einfach, wichtig, Reflexion, Nachbetrachtung und für induktiven Unterricht brauche ich diese Generalisierung und den Transfer und für die Exemplarität brauche ich immer mindestens zwei Situationen. Ja, und Themen, hatte ich ja gesagt, vor allem die Simulation von Handeln in gesellschaftlichen Problemsituationen. Je nachdem, hier gibt es unterschiedliche Positionen, die man berücksichtigen kann. Ich packe euch wie immer alles Weitere unterhalb des Videos in den Videobeschreibungen hinein. Und ihr habt dann viel Spaß beim Ausprobieren in der Schule mit dem Rollenspiel. Und wir gehen dann im nächsten Video in die nächste fachdidaktische Methodik des Unterrichts hinein. Bis zum nächsten Mal und ciao!